Hallo, mein Name ist Florian Pressler und heute bekommst du sieben Tipps, wie du mehr aus deinen Gehaltsverhandlungen rausholst. Tipp Nummer 1. Initiiere eine Gehaltsverhandlung. Warte nicht drauf, dass dein Chef auf dich zukommt. Schreib deinem Chef eine E-Mail, schreib da rein, dass du mit ihm über deine Perspektiven in dieser Firma sprechen möchtest und vereinbare einen Termin. Das ist super wichtig. Was kann dir denn passieren, wenn du verhandelst? Du kannst nicht schlecht dabei rauskommen, als du jetzt im Moment schon bist, aber selbst wenn du einfach nur beim Status Quo bleibst, dann weiß dein Chef, dass du mehr erwartest, dann weiß er, dass er, zumindest wenn du dann das nächste Mal in einem Jahr wiederkommst, dich dann nicht nochmal übergehen kann. Deswegen mach das wirklich. Das Blödeste, was du tun kannst, ist einfach zu warten, dass dein Chef auf dich zukommt. Das wird er wahrscheinlich niemals tun. Geh zu deinem Chef, bitte um einen Termin, verhandle dein Gehalt. Verhandlungstipp Nummer 2. Überleg dir, mit was für Argumenten dein Chef deine Forderung zurückweisen kann. Das sind nämlich immer wieder die gleichen Argumente. Wir müssen sparen und können deswegen keine höheren Gehälter zahlen. Wir investieren an anderer Stelle, deswegen fehlt uns das Geld. Ich kann in der Abteilung nicht unterschiedliche Leute, die das Gleiche tun, unterschiedlich bezahlen. Es sind nicht so viele unterschiedliche Argumente, mit denen Gehaltsforderungen zurückgewiesen werden. Und überleg dir vorab, wie du auf diese Argumente reagieren kannst, was du da sagen kannst. Tipp Nummer 3. Steig in das Gespräch mit der Frage ein, Könnten Sie mir bitte Feedback zu meiner Arbeit geben? Warum diese Frage? Naja, jetzt nehme ich mal an, wenn du eine Gehaltserhöhung verlangst, dann hast du wahrscheinlich auch gute Arbeit geleistet. Und wenn dein Chef dir jetzt sagt, dass du gute Arbeit geleistet hast, dann ist das für dich eine Steilvorlage, eine Sprungrampe. Das ist was, was es dir viel, viel leichter macht zu argumentieren, dass du mehr Geld verdienst und bekommen solltest. Deswegen stell diese Frage so, lass dir Feedback geben und wenn du jetzt ein schlechtes Feedback bekommst, dann musst du, denke ich, diese Frage nach dem Gehalt gar nicht erst stellen. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass du gutes Feedback bekommen wirst und dass das für dich dann einfach ein Anknüpfungspunkt ist, um ganz leicht und organisch mehr Gehalt verlangen zu können. Tipp Nummer 4. Überleg dir, bevor du in diese Verhandlung reingehst, wie viel genau Gehalt du haben möchtest, wie viel mehr du haben möchtest. Eine konkrete Zahl. Wenn du in das Gespräch reingehst mit einfach nur, ich will mehr Gehalt, dann ist die erste Frage, die auf dich zukommt, wie viel mehr wollen sie denn? Ähm, 5.000 mehr? Und wie genau erklären sie die 5.000? Ja, ähm, ich habe doch eigentlich eine ganz gute Arbeit geleistet. Das kriegst du überzeugender hin. Deswegen, überleg dir eine konkrete Zahl. Überleg dir, wie viel du realistischerweise erwartest, was du glaubst, was möglich ist, was du haben möchtest und schlag da nochmal einen gewissen Puffer drauf. Und dann kommst du auf eine Zahl, die du selbstbewusst nennst, als ob es das Natürlichste in der ganzen Welt wäre. Sag bitte nicht, ich möchte mindestens 60.000 oder ich möchte mindestens 5.000 mehr. Dieses Mindestens, das legt dich unnötig fest. Denn was machst du denn, wenn du die 60.000 oder die 5.000 mehr eben nicht bekommst? Dann stehst du entweder als unglaubwürdig da, denn du hast ja mindestens gesagt, oder du musst kündigen, einfach nur, um für dich selbst konsistent zu bleiben. Vermeide diese Festlegung. Sag eher sowas wie, meine Vorstellungen bewegen sich im Bereich von. Das erhält dir die Flexibilität und das sorgt dafür, dass du bestmöglich mit der Situation umgehen kannst, egal was dabei rauskommt. Du wirst erhobenen Hauptes aus dieser Verhandlung rausgehen. Verhandlungstipp Nummer 5. Frag deinen Chef, was können sie mir sonst noch bieten? Vielleicht hast du jetzt ja, bei Schritt Nummer 4, dein Wunschgehalt bekommen. Das ist schön für dich, das freut mich. Dann überlasse ich es dir, ob du jetzt die Verhandlungen abbrichst. Handschlag drauf, du bekommst mehr Gehalt, du bist an deinem Ziel. Die meisten Chefs werden das aber zunächst mal versuchen zu umgehen und werden sagen, nein, geht nicht, funktioniert nicht, kann ich nicht, würde ich gerne. Wird der Vorstand niemals genehmigen, der Geschäftsführer macht das nicht. Dann stell diese Frage und stell auch diese Frage selbstbewusst. Was können sie mir denn dann bieten? Was ist der Hintergrund dieser Frage? Es gibt Möglichkeiten, die fast genauso attraktiv für dich sind wie zusätzliches Gehalt. Vielleicht hast du gerade kein Auto und da bietet man dir einen Dienstwagen an oder zusätzliche Urlaubstage oder betriebliche Rentenversicherung. Es gibt Dinge, die nicht Gehalt sind, die dir aber trotzdem eine ganze Menge bringen können. Und nach diesen Dingen solltest du fragen. Ich glaube, du solltest diese Frage aber als offene Frage stellen. Was können sie mir denn sonst bieten? Denn damit bleibt das Problem bei deinem Chef. Dein Chef muss sich jetzt überlegen, was er dir bieten kann. Er möchte dich ja nicht zweimal hintereinander enttäuschen. Einmal bei der direkten Frage nach dem Gehalt und jetzt bei dieser zweiten Frage, was können sie mir sonst noch bieten? Dann gleich nochmal. Das heißt, in deinem Chef rattert es jetzt und du kannst dich erstmal zurücklehnen und kannst abwarten, was da kommt. Verhandlungstipp Nummer 6. Wenn du bei Nummer 5 der Frage, was können sie mir sonst noch bieten, nicht weitergekommen bist, wenn du da keine Antwort drauf bekommen hast, wenn du dir nichts bieten möchtest, dann solltest du jetzt konkrete Vorschläge machen. Und du solltest diese Vorschläge vorab recherchiert haben. Du solltest sehr genau wissen, was du jetzt vorschlägst. Stellen wir uns vor, für dich ist eine bestimmte Fortbildung interessant. Dann solltest du jetzt sagen können, was für eine Fortbildung das ist, bei welchem Anbieter du die machst, wie viel die kostet und was es der Firma bringen wird, wenn du diese Fortbildung machst. Wenn das alles konkret ist, dann wird es für deinen Chef sehr, sehr schwer, dich jetzt abzubügeln, diese Forderung zurückzuweisen. Wenn du einfach nur sagst, ich hätte da gerne eine Fortbildung, vielleicht in dem und dem Bereich, aber du kannst noch keine konkreten Fakten auf den Tisch legen, dann wird es ein zweites Gespräch benötigen und dann fällt deinem Chef vielleicht in diesem zweiten Gespräch nochmal irgendwas ein, warum das jetzt leider Gottes nicht drin ist. Du machst dir dadurch viel, viel schwerer. Leg jetzt konkret alle Karten auf den Tisch. Sag genau, was du vorhast, was es der Firma bringt, wie viel es kostet. Und dann wirst du diese Fortbildung oder diese andere kleine Bonusgeschichte, die du forderst, wahrscheinlich auch bekommen. Verhandlungstipp Nummer 7. Drohe niemals. Drohe niemals mit Kündigung, drohe niemals mit Dienst nach Vorschrift. In dem Moment, in dem du drohst und dein Chef dir nicht nachgeben kann, vielleicht kann er ja einfach nicht nachgeben, betrachtet dein Chef dich als gekündigt. Dann geht dein Chef davon aus, dass er nichts mehr für dich tun kann, soll oder muss, weil du bei nächster Gelegenheit eh weg sein wirst. Bring dich nicht in so eine Situation. Drohe niemals. Nochmal zusammengefasst. 7 Tipps für deine Gehaltsverhandlung. Erstens, initiiere die Verhandlung. Nichts ist blöder, als wenn du einfach nur da sitzt und wartest und überhaupt nicht ins Verhandeln kommst. Zweitens, überlege dir die Argumente, mit denen dein Chef typischerweise Gehaltsforderungen zurückweist. Und bereite dich darauf vor. Überleg dir, wie du mit diesen Argumenten umgehst, wie du dir entgegnen kannst. Drittens, steig in das Gespräch mit einer Frage nach Feedback ein. Ein positives Feedback von deinem Chef ist eine Steilvorlage für dich, ein höheres Gehalt zu fordern. Viertens, hab eine konkrete Zahl für ein Jahresgehalt im Kopf und nenne diese Zahl selbstbewusst. Hab da einen Puffer draufgepackt, denn runtergehandelt wirst du eh. Und leg dich nicht fest, indem du sowas sagst wie mindestens. Fünftens, wenn du da nicht weiterkommst, stell die Frage, was können sie mir sonst noch bieten. Sechstens, hab ein paar Ideen im Kopf, was du denn geboten haben möchtest. Und siebtens, drohe niemals. Wenn du diese Tipps hilfreich findest, dann gib mir doch einen Daumen nach oben und abonnier den Kanal, du bekommst jede Woche neue Tipps für deine Verhandlungen. Viel Spaß dir und bis nächste Woche, dein Florian Pressler.